okay so hallo zusammen und schönen guten tag heute würden wir auf deutsch machen ich bin eigentlich auch gespannt ob das funktioniert ich meine erstens ob interesse ist überhaupt solches meetup auf deutsch zu haben zweitens ich habe auch letztens so über blockchain auf deutsch so vor fünf jahren erzählt also deswegen bin ich mal gespannt ob ich das noch schaffe aber dann mal schauen das thema für heute ist hyperledger bsu vielleicht ein bisschen von meiner seite ich bin ein software architekt hauptsächlich betreue ich blockchain projekte schon 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 fünf jahre mehr oder weniger und dann als interesse habe ich zwei große würfe würde ich sagen einerseits bin ich relativ aktiv in konsortium enterprise unternehmen projekte zum beispiel mit hyperledger fabrik also deswegen gibt es diese relativ viel interesse für mich für hyperledger zweitens ich mache auch so teilweise smart kontraktentwicklung auf ethereum solidity seite was natürlich ein bisschen unterschiedlich also das ist das ist eigentlich diese öffentliches ethereum netzwerk richtung und dann halte der budget hyperledger bsu kombiniert diese zwei themen relativ gut zusammen also in diesem sinne wird es hoffentlich eine spannende thema sein ich habe die agenda hier auf die nächste seite ich habe die agenda ein bisschen so aufgebaut also ich bin nicht davon ausgegangen dass jeder zuhörer blockchain experte sind oder oder hyperledger experte sind deswegen habe ich die agenda ein bisschen so schritt zu schritt aufgebaut erstens habe ich ein slide über hyperledger generell dann habe ich ein slide über hyperledger das ist das greenhouse eigentlich hyperledger landschaft speziell zu sein was für eine projekte haben wir in hyperledger dann habe ich noch ein so einfühlungsslide für konsortium blockchain generell was ganz genau ein konsortium blockchain ist und was das mit ethereum zu tun hat ich meine ethereum ist nicht typisch konsortium deswegen wollte ich das bisschen ein bisschen in details gehen was das ding ganz genau bedeutet dann habe ich endlich ein slide oder ein thema über hyperledger besuch was das ding ist was für ein dienstleistungsbesuch hat und so weiter und dann wir werden ein bisschen in details gehen bezüglich einige spannende dienstleistungen oder eigenschaften vom besuch die sie in die konsensalgorithmen berechtigungsstruktur wie privacy oder privatsphäre konfiguriert werden kann was für eine infrastruktur dienstleistungen existieren bei besuch danach werde ich auch ein demo zeigen also es geht nicht nur darum dass ich hier so so theoretische slides haben sondern werde ich auch so ein live der woods zeigen wo wo mir eigentlich ein relativ einfache der so netzwerk anschauen und dann mein smart kontrakt deployer und dann habe ich da dass das eine kurze diskussionsrunde haben auf falls falls noch zeit übrigens insgesamt glaube ich dass wir so 15 minuten sein hoffentlich kriege ich das zeitlich auch hin also fangen wir an und zwar hyperledger was ich das ist überhaupt hyperledger also wenn man wenn man hyperledger ein bisschen verstehen möchte dann da muss man zwei zwei sachen verstehen aber erstens hyperledger selbst ist ist kein selber eine technologie oder ist ist kein blockchain projekt selbst sondern hyperledger ist eigentlich ein inkubator projekt im hyperledger es sind mehrere blockchain projekte hauptsächlich konsortium blockchain projekte und hyperledger ist nur ein inkubator also wie praktisch ein regenschirm und dann die die betreut nur diese projekte die hyperledger projekte selbst wie gesagt konzentrieren sich auf konsortium blockchain und die sind teilweise so mitbewerber von einander also die sind teilweise wirklich unabhängige projekte die von unabhängigen gruppen praktisch entwickelt sind das ist eine sache zweitens hyperledger ist teil von linux linux foundation also das heißt dass die dass die mentalität oder die oder die hauptidee von hyperledger sind dieselbe wie bei linux foundation also das heißt hyperledger foundation das ist auch eine foundation ist eine non profit organisation und vollständig open source also jede projekte sind sind open source die sind mit apache 2.0 also das heißt also das heißt also das heißt alles was in hyperledger ist kann man eigentlich kostenlos nutzen natürlich ich meine wenn man schon ein bisschen so recherchiert hat dann dann sieht man eigentlich bestimmte firmen die hyperledger produkte für geld anbieten aber das sieht oder das sieht normalerweise so aus dass es gibt es die kernprodukt von hyperledger und dann für dieses kernprodukt gibt es eine firma die praktisch so eine zusätzliche leistung anbietet und diese zusätzliche leistung kostet geld natürlich aber die kernprodukte ist ist open source ist ohne gebühren und mit apache 2.0 also die sind die zwei wichtigste sachen für hyperledger und was natürlich wichtig ist was für eine projekte sind in hyperledger das zu verstehen gibt es eigentlich ein gutes bild also das ist hier ein altes bild eigentlich sie schon nicht 100% gültig aber naja so marketing technisch sieht besser wesentlich besser aus als diese card ansicht was ich sofort auch anzeigen werde also das ist das hyperledger greenhouse und wie gesagt was wir hier finden die sind die sind unabhängige hauptsächlich konsortium blockchain projekte die sind teilweise auch so mitbewerber voneinander die sind teilweise auch so mitbewerber voneinander und alles ist von von hyperledger foundation also praktisch inkubiert wenn ich so formulieren darf auf dieser oberste linie sehen wir praktisch vollständige konsortium blockchain projekte vollständige konsortium blockchain oder vollständiges projekt bedeutet dass wir hier praktisch alles haben was in einem blockchain drin ist also das heißt wir haben so knoten die knoten kommunizieren miteinander dann es sind so blöcke es gibt validierung oder mining und es gibt blockchain dann haben wir normalerweise ein smart contract entwicklungssprache und auch generell smart contracts oder dezentrale anwendung entwickelt werden können also die sind hier die so generelle blockchain plattformen es sind zwei also zum beispiel hyperledger fabrik ist ziemlich bekannt eine der alteste alteste plattformen in hyperledger dann euro oder indy so tut ich denke barrow ist schon nicht wirklich aktiv und wir haben hier auch besuch aber wie gesagt hier oben die sind vollständige blockchain plattformen also generell dezentrale anwendungen können entwickelt werden mit smart contracts es sind eigentlich zwei ausnahmen eine ausnahme ist hyperledger indy hyperledger indy ist ist kein generell blockchain sondern mit hyperledger indy kann man hauptsächlich mit mit identitätslösungen entwickeln also es ist ein so so speziell man könnte sagen auch so so domain spezifisch blockchain plattform und hyperledger bezoo ist auch ein bisschen die ausnahme ich meine bezoo ist nicht hundertprozentig konsortium man kann auch mit hyperledger bezoo auf dem so öffentliches ethereum netzwerk praktisch teilnehmen aber die sind hier die plattformen ganz oben und wir haben noch auch andere kategorien die sind auch andere projekte also das heißt andere open source projekte praktisch wir haben zum beispiel werkzeuge sind hier die tools die werkzeuge werkzeuge sind so einiges tool damit man praktisch etwas für die generell blockchain plattformen also schaffen kann oder machen kann es klingt ein bisschen theoretisch natürlich aber dann zum beispiel ein beispiel ist hyperledger explorer so hyperledger explorer ist ein blockchain explorer wenn man schon zum beispiel Ethereum explorer gesehen hat es ist ganz ähnlich man kann praktisch die die blöcke anschauen die transaktionen anschauen und dann die teilweise auch die smart contracts oder content tokens zum beispiel und so weiter die einzige ausnahme ist dass hyperledger explorer spezialisiert sich auf die hyperledger plattformen eigentlich hauptsächlich fabric ich glaube vielleicht mit so tut funktioniert auch schon sogar passiert ein bisschen die herausforderung ist dass diese plattformen sind konsortium plattformen das bedeutet das sind einige spezielle so berechtigungsmöglichkeiten und strukturen die man hier einsetzen kann und hyperledger explorer muss praktisch diese spezielle so berechtigungsanforderungen berücksichtigen also praktisch zu sagen also wenn man nur auf bestimmte daten berechtigt ist dann muss eigentlich hyperledger explorer nur auch diese daten anzeigen zum beispiel ein anderes toolwerkzeug ist zum beispiel hyperledger cello da wir hier hauptsächlich über konsortium blockchain plattformen reden dort ist immer die herausforderung ein bisschen das netzwerk selbst up and running zu kriegen einfach zu installieren und zwar auf ein öffentliches netzwerk ist die sache normalerweise ein bisschen einfacher bei konsortium netzwerk muss man praktisch die knoten bei kunden bei firmen aufsetzen was nicht immer die einfachste sache ist und hyperledger cello ist zum beispiel ein werkzeug der hilft mit dieser infrastruktur installation eigentlich relativ viel dann haben wir hier zum beispiel caliper caliper ist ein benchmarking tool und wir haben noch auch andere andere werkzeuge praktisch dann haben wir bibliotheken bibliotheken sind praktisch softwarebibliotheken und auch die die idee von einer solchen bibliothek als das ding bietet eine dienstleistung für für mehrere blockchain plattformen also zum beispiel hyperledger ursa ist eine kriptographische bibliothek also es gibt es like pk und verschlüsselung und andere sachen soviel ich weiß der plan ist dass künftig wir das auch in vielleicht nicht in fabrik aber dann vielleicht in so tut auch verwendet wenn hier ist zum beispiel eine solche solche peer to peer agent basierte kommunikationsbibliothek dann ich glaube quillt ist schon gar nicht gar nicht aktiv und so weiter und so weiter und wir haben hier noch rechts zwei zwei weitere kategorien einmal haben wir solche domain spezifische anwendungen zum beispiel hyperledger grid wurde nur für solche supply management sachen wir haben gedacht wir haben so hyperledger labs hyperledger labs sind so kleine hyperledger projekte also projekten würde ich sagen die vielleicht künftig also wirklich erwachsen wird und dann vielleicht vollständige vollständige hyperledger projekte sein können also wie gesagt das ist das hyperledger greenhouse und das sieht sehr schön aus marketingtechnisch leider zu sagen ist schon nicht hundertprozentig gültig deswegen gibt es eine andere landschaft andere überblick was man hier findet das ding habe ich auch auf mein slide und das link habe ich auf mein slide also hier sind die projekte ein bisschen unterschiedlich kategorisiert hier oben sieht man die projekte die schon die schon produktiv bereit sind also das heißt dass die sind die produkte wo man wirklich 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 im produktiv umsatz verwenden kann eigentlich zum beispiel fabrik schon schon lange und auch die die andere projekte es sind also wir können sagen dass diese projekte sind sind auch schon schon grad wird wenn ich wenn ich so formulieren darf wir haben auch einige projekte die sind noch nicht hundertprozentig produktiv bereit das bedeutet nicht natürlich dass die können nicht im produktive einsatz sein sondern es bedeutet so etwas dass wenn man wenn man solche projekte wirklich in produktiv verwenden möchte dann dann braucht man ein bisschen bisschen aufpassen also es kann sein dass das relativ häufig bugs auskommen oder oder das release mechanismus ist nicht hundertprozentig so schön und so weiter und so weiter also zum beispiel hyperlager explorer verwendet man schon schon lange eigentlich im produktive einsatz auch wenn es nicht hundertprozentig vielleicht empfohlen ist oder also mindestens würde ich sagen das projekt selbst ist nicht graduiert und hier kann man sehen einige projekte die die nicht schon die schon nicht aktiv aktiv verwendet so praktisch zu sagen bedeutet das so etwas dass alles ist open source dann irgendwie die die community ist schon weg von dieser projekte und die sind einfach nicht weiter betreut und auch nicht vorgeschlagen solche projekte im produktive einsatz zu verwenden also die sind die hyperlager produkte und dann noch ein bisschen als ein als da würde ich ein spezialgebiet reden und das ist konsortium blockchain und ethereum also für die erste wulf konsortium blockchain falls jemand nicht professionell im blockchain ist oder dann eigentlich eine blockchain infrastruktur normalerweise hat zwei seiten wir haben für die erste wulf die infrastruktur das ist hier die infra und wir haben auch die anwendungsebene und das ist hier die anwendung es sind eigentlich blockchain lösungen die anders aussehen zum beispiel africorder aber normalerweise zum beispiel lithium hat dieses schema hyperlager fabrik und meistens die blockchains haben diese zwei seiten infrastruktur und anwendung die trennung ist nicht eindeutig zwischen die zwei seiten aber dann manchmal kann das irgendwie identifiziert werden auf die infrastrukturseite haben wir knoten die sind die blockchains knoten und kommunizieren miteinander und verteilen so blocken und transaktionen und andere sachen und auf die anwendungsebene haben wir normalerweise ein smart kontrakt programmierung sprache und auch zum beispiel bei it um ein ivm das ist die virtual machine und auf dieser seite haben wir programme entwickelt die sind die smart kontrakts smart kontrakten und also normalerweise entwickelt man der zentrale anwendungen mit der hilfe solcher solcher smart kontrakts also das ist ein schema für ein standard blockchain und wenn wir über konsortium blockchain haben oder reden dann haben wir zwei sachen erstens auf die infrastrukturseite sind die knoten die nicht nur frei laufen irgendwo sondern die knoten laufen bei firmen praktisch zu sagen also bei einem öffentlichen netzwerk sieht es so dass man eigentlich eine knoten selbst aufsetzen kann und eigentlich das software kann man unterladen von github auf ein rechner selbst aufsetzen und dann kann das man kann das auch ausprobieren auch das netzwerk zu erkennen das ist ein öffentliches netzwerk bei einem konsortium netzwerk sieht so aus dass es sind bestimmte firmen oder unternehmen die berechtigt sind solche solche knoten zu laufen und laufen zu lassen also das heißt die sind hier wirklich firmen und fast jemand oder nicht jemand falls eine firma eine neue knoten aufsetzen möchte dann braucht normalerweise die zustimmung von der rest der konsortium also das heißt zum beispiel wir haben hier zwei konsortium mitglied wenn ich hier eine neue firma bin und eine neue knoten brauchen dann brauche ich eine zustimmung von firma eins und firma zwei also das heißt dass die infrastruktur seite braucht solche berechtigungen berechtigungsregeln und so weiter also auf englisch das ist hier permission permission wenn ich das hinkriege ja also das ist die infrastruktur seite und auch auf die anwendungsseite also normalerweise ein öffentliches netzwerk sieht so aus dass jeder zugriff auf das netzwerk hat zum beispiel auf ethereum wenn ich zum beispiel hier ein metamask habe damit metamask kann ich praktisch mit dem netzwerk kommunizieren ein konsortium netzwerk haben dann dann sie die sache nicht unbedingt so es ist häufig passiert dass das zugriff auf auf die smart contract auf die anwendungsebene ist auch ist auch beschränkt typisches beispiel als zum beispiel wenn man hier ein kiwi sie braucht also wenn das wenn das ding ist ein konsortium zwischen banken anwendung dann normalerweise hat man keinen zugriff nur so sondern braucht man ein kiwi sie und wenn kiwi sie erfolgreich ist dann hat man eigentlich zugriff auf die auf die anwendung geben also das ist eine kurze einleitung für konsortium blockchain und dann also ich habe so schon einige anforderungen hier für konsortium blockchain also wenn wenn man konsortium blockchain braucht dann normalerweise braucht man in den meisten anwendungsfällen etwas was ein so vorgeschrittene berechtigung die möglichkeit und struktur etwas mit privatsphäre muss eigentlich mehr sein was normalerweise zum beispiel ein öffentliches bitcoin netzwerk anbietet der leistung und geschwindigkeit muss auch irgendwie besser sein dass die transaktionen sollten endgültig sein das ist eine spannende anforderung zum beispiel auf ethereum oder bitcoin sieht die sache so aus dass die dass die transaktionen sind normalerweise nie endgültig das heißt dass nach nach bestimmten blöcke gibt es schon die oder ist schon die wahrscheinlichkeit das seien transaktionen endgültig zum beispiel in 9,999 prozent aber das ist nie hundertprozentig oder eigentlich schon nach 100 blöcke aber das ist eine andere sache also das heißt meistens öffentliche netzwerke haben solche stochastische transaktionen nötigkeit und das netzwerk kann auch vorken was nicht so praktisch ist bei konsortium blockchain dann haben wir normalerweise auch andere anforderungen zum beispiel also wenn wir das überlegen dass zum beispiel die knoten hier bei firmen installiert dann dann ist es auch schwierig also ich meine es ist auch schwierig zu installieren und man kann auch davon ausgehen dass diese firmen schon schon andere software lösungen haben zum beispiel die haben schon etwas was ein netzwerk ist dann storage dann andere sachen also das heißt bei konsortium netzwerk oder blockchain lösungen system integration ist immer spannend und ja es kommt sehr gut an wenn solche solche konsortium blockchain lösungen auch etwas in richtung system integration anbieten und dann zum beispiel das ist auch so für system integration wenn wir so pki public infrastructure oder tls oder mit digitaler identität etwas anfangen können auf blockchain seite das kommt sehr gut an auf direkte seite sehen wir hier ein bisschen habe ich ausprobiert ein bisschen die ethereum evolution so aufmalen also ethereum ist ein öffentliches netzwerk und dann es ist momentan auf so ethereum 2.0 entwickelt schon langsam natürlich aber dann langsam schon was nicht immer bekannt ist das ethereum hat auch relativ viel konsortium variante würde ich sagen die erste die erste konsortium variante wurde noch irgendwie von ethereum enterprise alliance vor fünf jahren gemacht das war die erste version aber es sind auch andere variante also zum beispiel quorum quorum wurde von ethereum konsortium weiterentwickelt bei gp morgan ich glaube momentan bei bei consensus das ist weniger bekannt dass alles ja alles ja ist ein netzwerk mit der in Spanien, Portugal, es ist auch eigentlich auf eine Ethereum Konsortium Variante basiert und wir haben hier momentan Bezu auch, Bezu ist auch eine Variante, Bezu hat auch die Eigenschaft, dass wir keine Besuchnoten aufsetzen auf das Public Netzwerk, auf das öffentliche Netzwerk, aber Bezu hat relativ viel Spezielldienstleistungen für Konsortium Netzwerke. So nach einer so kurzen Einführung in Blockchain, dann endlich haben wir Hyperledger Bezu erreicht. Wie gesagt, also Hyperledger Bezu ist eigentlich ein Ethereum Klient. Ethereum Klient bedeutet Knoten, also das ist hier, das ist hier, wir sagen Klient, weil also in Bitcoin Terminologie ein solcher Knot nennt man Klient, aber das ist eigentlich ein Knot. Und Hyperledger Bezu ist ein Ethereum Klient. wurde in Java entwickelt, komischerweise für mich. Ich meine, Java ist nicht unbedingt die schnellste Sprache, deswegen bin ich gespannt, wieso in Java entwickelt wurde, aber ist eine gute Frage. Was ich noch erwähnt habe, dass Hyperledger Bezu kann sowohl in öffentliches Netzwerk, öffentliches Ethereum Netzwerk, als auch in Privat- oder Konsortium Einsatz verwendet werden. Und vielleicht die Hauptwurfe ist eher Konsortium, aber dann, ich habe irgendwo ein Slide, vielleicht finde ich noch schnell, genau. Wenn wir zum Beispiel das Ethereum Mainnet anschauen, das ist die Ethereum Mainnet Statistik, was wir sehen, es ist ein Chart, was für eine Ethereum Klient Knoten laufen, überhaupt auf das Netzwerk. Und wir sehen eigentlich, dass also Haupttechnologie ist Get, das ist Go Ethereum, die zweite ist OpenEthereum, ist von Perity, wenn ich mich nicht irre. Und wir finden auch Bessup. Also es ist natürlich nicht die häufigste verwendete Klient in Ethereum öffentliches Netzwerk, aber man kann schon im Einsatz finden, auch in Public Ethereum Netzwerk. Also wie gesagt, öffentlich, aber bietet relativ viel Konsortium Möglichkeit. Und so einige so spezielle Konsortium Eigenschaften, die man eigentlich mit Besson schaffen kann, sind zum Beispiel die verschiedene Konsens- Algorithmen, erweiterte Berechtigungsmöglichkeit, erweiterte Privatsphäre. Und es ist auch eine starke Infrastruktur- und Installationsunterstützung, basiert auf Cloud Native Step. Und wir haben auch einige so, vielleicht nicht so wichtig, aber dann trotz spannenden Sachen, zum Beispiel Bessup kann relativ gut mit TLS und PKI Public Infrastructure integriert werden. Das hat auch eine Plugin-Struktur und so weiter und so weiter. Also ich würde schnell diese drei Sachen anschauen. Also vorab, erstens wir haben Konsens-Algorithmen. Also praktisch zu sagen, und was wichtig ist bei Hyperledger Bessu, dass man kann diese Konsens-Algorithmen konfigurieren. Es gibt momentan fünf Möglichkeiten, solche Konsens-Algorithmen zu konfigurieren. Die sind die IT-Hash-Click, IBFT 2.0, Forum, IBFT und UBFT. Kurz zu erwähnen, also wenn wir über Konsens-Algorithmen reden, das bedeutet eigentlich etwas Ähnliches, dass wir hier die Knoten haben und Konsens-Algorithmen ist etwas Ähnliches, also ich werfe eine Transaktion in das Netzwerk praktisch. Und Konsens bedeutet, dass am Ende der Algorithmen zwei Sachen sollten passieren. Für diese Transaktion, entweder jeder Knoten soll es sagen, dass hey, das ist eine gültige Transaktion. Oder die andere Möglichkeit, das Ende der Konsens-Algorithmen, jeder Knoten sollte das sagen, hey, das ist eine ungültige Transaktion. Was nicht passieren kann, dass teilweise die Knoten sagen, hey, das ist gültig und die andere Seite oder zum Beispiel 50% sagt, hey, das ist eine gültige Transaktion und 50% sagt, hey, das ist eine ungültige Transaktion. Dann haben wir keinen Konsens und das Netzwerk ist gefolgt, praktisch zu sehen. Konsens-Algorithmen hat natürlich eine große Literatur und also zwischenzeitlich gibt es schon, ich glaube, mehr als 100 unterschiedliche solche Konsens-Algorithmen. Also ich würde nicht sehr stark in Details gehen. Wenn wir eigentlich solche Konsens-Algorithmen vergleichen möchten, dann muss man so drei, vier Merkmale merken. Erstens, ein solcher Algorithm kann auf Proof-of-Werk oder Proof-of-Authority basieren. Also Proof-of-Werk bedeutet, dass man eine so rechne Leistung braucht, um ein Log zu erstellen. Also die sind hauptsächlich in öffentliches Netzwerk verwendet und dann braucht man dazu Miner und Mining. Das ist Proof-of-Werk, also ET-Hash ist eigentlich die Konsens-Algorithmen von ET-U-Mainet. Und dann, man kann entweder verwenden, wenn man ein öffentliches Netzwerk bei Sunot hat oder die andere Möglichkeit. Man kann auch im Konsortium Einsatz haben, zum Beispiel mit einer geringen Schwierigkeit. Jedoch, ich glaube, das hat nicht so viel Sinn, aber dann rein theoretisch kann man das von figurieren. Dann haben wir auch Proof-of-Authority. Proof-of-Authority bedeutet so etwas, was ich hier erzählt habe. Also Proof-of-Authority bedeutet, dass wir zum Beispiel Firmen haben in unserem Netzwerk. Das ist die eine Firma, die zweite Firma und die dritte Firma. Und das bedeutet, dass du hast die Authority 1, Authority 2, Authority 3 und dann, die sind so die berechtigten Knoten, ein neues Block zu erstellen. Das sagt man normalerweise auch, dass die sind so die Validierungsknoten. Dann andere Merkmale sind zum Beispiel, ob eine Transaktion, was ich hier hatte eigentlich, ob eine Transaktion endgültig ist oder nicht. Bei ETHash und Click haben wir solche stochastische Endgültigkeit, was nicht unbedingt praktisch ist im Konsortium Einsatz. Mit IBFD 2.0 oder Quorum haben wir wirklich endgültige Transaktion. Dann Performance ist auch eine Frage. Also Proof-of-Work ist normalerweise schnell, langsam und mühsam. Solche Proof-of-Authority-Systeme sind eigentlich schneller. Ich glaube, IBFD 2.0 hier ist die schnellste Möglichkeit. Und dann eine andere Dimension oder Merkmal ist, hier ist die sogenannte Fehlertoleranz. Und bei Fehlertoleranz versteht man normalerweise sogenannte byzantinische Fehler. Byzantinische Fehler bedeuten, dass praktisch Hackers auf einen Knoten angreifen können und können alles machen, was sie wollen. Und dann auch, wenn bestimmte Nummern von byzantinischen Fehlern sind, muss irgendwie ein Konsensorgerin funktionsfähig sein. Eine andere spannende Sache ist Berechtigung bei Hyperledger-Besu. Und also wenn wir über Berechtigung reden, dann ist praktisch, zwei Dimensionen zu haben oder anzuschauen. Erstens, vielleicht, also das Bild fängt dann schon ein bisschen kaotisch zu sein, aber wenn wir über Berechtigung reden, dann unterschiedet sich die Infrastruktur und die Anwendungsseite. Also dann, wir können darüber reden, dass wir irgendwie Berechtigungen definieren auf der Knotenebene. Also das heißt, wir können das irgendwie feststellen, ob ein Knoten mit dem Netzwerk kommunizieren darf oder darf nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann, die andere Dimension ist, ob wir das auf lokale Ebene machen oder wirklich on-chain dezentralisieren. Wenn wir das lokal machen, dann das bedeutet, dass wir die Regeln praktisch nur auf ein Knoten einstellen. Also zum Beispiel nur hier. Vielleicht noch eine Farbe. Also hier kann ich auch die Regeln definieren. Das bedeutet aber nicht, dass das Ding überall verwendet werden kann. So, das ist eine Möglichkeit. Und wenn ich über Lokalberechtigung rede, dann wie gesagt, das bedeutet, dass die Regeln sind nur auf ein Knoten definiert. Die Regeln können hier auch so auf die Anwendungsebene oder auf die Infrastrukturebene sein. Also ich könnte feststellen zum Beispiel, dass auf diese Knoten, auf meinen Knoten, die bei mir läuft, nur bestimmte Konten irgendwie verwendet werden können. Oder ich kann das auch definieren, dass zum Beispiel auf meinen Lokalknoten, zum Beispiel diese Knoten kann nur mit bestimmten anderen Knoten kommunizieren. Also das ist eine Lokalberechtigung. Natürlich, das Problem ist, dass Lokalberechtigung nicht unbedingt dezentralisiert ist. Deswegen ist das nicht so spannend im Blockchain-Bereich. Und deswegen haben wir auch eine Smart Contract Berechtigung. Und mit Smart Contract, das ist eine dezentrale Berechtigung. Mit Smart Contract Berechtigung haben wir dieselbe Regeln eigentlich dezentralisiert. Und das Ding funktioniert so, es gibt ein spezielles Smart Contract, sogenannte Ingress Smart Contract. Und in Ingress Smart Contract, es ist, wenn ich mich nicht irre, es ist schon im Genesis-Block definiert. In Ingress Smart Contract kann ich bestimmte Regeln definieren für Knoten oder für Kommunikation zum Beispiel. Und das Ding funktioniert so, dass die Smart Contract ist auch mit Blockvalidierung verbunden. Also das heißt, wenn ein neues Block, also nicht gemeint ist, weil kein Mining hier ist, sondern Validierung. Aber wenn man ein neues Block erstellt, dann die Validierungsnot schaut dieser Ingress Smart Contract und schaut, ob die Transaktionen im Block mit diesen Regeln kompatibel sind oder nicht. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Konto schreibe, dann mache ich ihn in den Ingress Smart Contract. Dann, wenn die Validierungsprozess stattfindet, dann eine Transaktion, was etwas mit diesem Konto macht, wird als ungültig gezeichnet und wird gar nicht im Block praktisch zu sehen. Also so können wir dezentralisiert zum Beispiel Knoten, sorry, X-Term-Konten sperren oder zulassen. Und das bietet auch eine Möglichkeit, wir können auch Smart Contract sperren. Also wir können zum Beispiel sagen, dass ich habe ein Regeln für ein Account, sagt man in Ethereum und ein Account kann auch ein Smart Contract Account sein. Also das heißt, wenn mein Smart Contract kaputt ist, dann kann ich ein Regeln definieren, dass dieser Account, was eigentlich kein Externe Account, sondern Smart Contract Account ist, das Ding sollte gesperrt werden. Und wenn die Validierungsnode in solcher Transaktion sieht, dann wird das nicht im Block sein praktisch, weil wir es als ungültig gemerkt. Also ist eine spannende Idee. Was vielleicht noch wichtig ist, es gibt auch eine Berechtigungs-Plugin. Also das heißt, die sind die Grundidee für solche Berechtigungen regeln. Aber dann, falls man was anderes haben möchte, dann muss man nicht eigentlich das Kerncode ändern. Das Kernsystem ändern, sondern es gibt die Möglichkeit, ein zusätzliches Plugin zu schreiben. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mein Berechtigungssystem mit Verifiable Credentials aufbauen möchte, dann ist es einfacher, ein Plugin zu schreiben, als praktisch alles umzuschreiben. Die zweite, die wichtigste Sache ist, ist Privatsphäre und Privatsphäre-Einstellungen. Also bei einem öffentlichen Netzwerk ist das Problem, dass jeder praktisch alles sieht. Was nicht unbedingt die beste Idee ist, in einem Konsortium-Einsatz. Also BESU bietet mir eine Möglichkeit, solche Privattransaktionen zu definieren. Und eine Möglichkeit ist, mit den sogenannten Privatgruppen und Privattransaktionen. Das Ding sieht so aus, ich kann eine Privatgruppe definieren. Und ich kann definieren, dass bestimmte Knoten in Privatgruppen gefunden werden können. Und ich kann eine Privattransaktion erstellen für eine bestimmte Privatgruppe. Und dann die Privattransaktion wird nur für die, für denjenigen Knoten praktisch verteilt. Der Geschicht, die in diesen Privatgruppen drin sind. Also das heißt, Privatsphäre oder vorgeschrittene Privacy-Einstellungen sind nicht, nicht hundertprozentig auf Kryptographie basiert, sondern einfach auf die Tatsache, dass, falls jemand etwas nicht sehen sollte, dann, dann wird die Transaktion physisch nicht, nicht dort sein. Also die sind die Privattransaktionen in Privatgruppen. Was noch wichtig ist für diese Idee, also infrastrukturtechnisch ist es nicht so einfach. Wir brauchen einen solchen Transaktionsmanager für diese Privattransaktionen. Die sind die Tesserak-Knoten. Ich glaube, die waren vielleicht Orion, aber dann wurde er umbenannt auf Tesserak, wenn ich mich nicht irre. Das bedeutet, dass wir haben hier auch Knoten, die sind die klassischen Ethereum-Knoten. Aber um diese, um diese Transaktionen zu verteilen, brauchen wir andere Knoten. Also das heißt, Tesserak-Knoten sind zuständig, nur diese Privattransaktionen zu verteilen. Also infrastrukturtechnisch ist es ein bisschen schwieriger. Und dann, wir haben auch einen so Privatzustand, würde ich sagen. Also Ethereum ist eigentlich ein Zustand der Automat. Also das heißt, wir haben die Transaktionen und dann die Transaktionen ändern sich praktisch der Zustand am Ende. Und dann, wir haben einen speziellen Zustand, so Privatzustand für solche Privattransaktionen. Und es ist nicht mehr eindeutig, zum Beispiel zwischen dem öffentlichen Zustand und Privatzustand zu wechseln. Das sind bestimmte Regeln. Also das ist die Idee für Privatsphäre. Und last but not least, würde ich sagen, Infrastruktur. Also Infrastruktur ist, also ich würde sagen, Infrastruktur ist spannend. Es ist nicht unbedingt ein solches Forschungsgebiet. Aber dann besonders, wenn wir über Konsortium-Blockchain reden, man kann sehr viel Mühe sparen, wenn gute Infrastrukturbeispiele vorhanden sind. Und das existiert ganz genau bei Hyperledger-Bezoom. Also alles auf Cloud-Native basiert. Also das heißt, dass man kriegt kein so Schickimicki-User-Interface, alles zusammen zu klicken, sondern sind die Docker- und Kubernetes-basierte Skripte und auch kontainerisierte Anwendungen. Was vielleicht, also ich glaube, das hat den Vorteil, dass irgendwie, falls schon die Infrastrukturexperte mit Docker oder Kubernetes sich auskennen, dann ist es einfacher, das Ding zu installieren. Und auf jeden Fall ist das Standard. Also Docker und Kubernetes, die sind relativ häufig verwendet, so Infrastruktursachen. Vielleicht eine Bemerkung, also man kann das sehen, dass auch kein so Hauptnetzwerk aufzukriegen, ist nicht unbedingt einfach. Also wenn wir zum Beispiel vier Knoten haben, dann für die vier Knoten kann man noch auch so zum Beispiel Tessera-Knoten brauchen und weitere Knoten. Also das heißt, am Ende der Tag für eine Basisinstallation könnte man auch so 2030 verschiedene Containers haben und dann so alles zu installieren von Null oder fertig konfigurieren, kann wirklich mühsam sein. Aber BESU bietet mehrere Skripte, Beispielskripte dazu. Wir haben auch Blockchain Explorer, so Blockscout, LTO, Monitoring-Werkzeuge, wie zum Beispiel Prometheus, Grafana, es gibt es auch theoretisch Splunk, OpenTelemetry, Logs, also das ist die ERK-Stack, LSS-Search-Gebana und Stuff-Slider. Also das heißt, relativ viele Sachen sind vorhanden. Also ich will schnell eine Demo zeigen. Ich habe ein, also wenn wir das Ding starten möchten, es gibt ein Developer Quickstart und bei Developers Quickstart muss man praktisch also eine Sache installieren, wo man relativ viele Sachen hinkriegt. Also mit diesem Befehl parametrisiert kann man einstellen, was ganz genau installiert ist und dann von einfachsten Scannerien kann man wirklich etwas kompliziert aufsetzen. Ich habe hier ein, ich habe hier ein, so nicht zu kompliziertes Netzwerk, was ich einfach starte mit einem BESH-Script. Ich starte einfach das Netzwerk, das ist RAN. Ich muss remove sagen. So, dann sagen wir, ich sage einfach RAN. Und RAN startet eigentlich mein Netzwerk. Das Startet, das Ding ist hier mit Docker Compose, startet mir der Container. Dann schauen wir, ob alles läuft. Das Ding sieht gut aus. Also wenn ich zum Beispiel ein Docker PS mache, dann sieht man schon, dass auch in einem so Grundkonsortium Einsatz sieht man hier also mehrere Container. Ich habe hier die Validierungsknoten, die sind BESU, 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 ich glaube vier Validierungsknoten. Dann habe ich Prometheus, dann habe ich Grafana, dann für irgendwelche Blockchain Explorer. Ich bin mir nicht so sicher, vielleicht das Ding ist hier. Dann habe ich auch ein Postgres und so weiter und so weiter. Was vielleicht interessant ist, das Ding zeigt mir auch die Endpoints. Ich habe meinen Blockchain Endpoint hier. Und dann, ich habe auch Endpoints für Explorer. So, das würde ich einfach öffnen. Hoffentlich. Also das ist hier ein einfacher Blockchain Explorer. Ich glaube, das ist Alessio oder so etwas ist der Name. Ich kann hier die Blöcke sehen. Transaktion habe ich momentan noch nicht, aber bald werde ich ein Stück haben. Dann habe ich ein anderer, so Blockscout, ist kein Block Explorer, aber er zeigt relativ viele gute Sachen an. Also wir haben hier zum Beispiel für mein Konsortium Netzwerk, die sind die Blöcke. Ich habe relativ viele Block, ich habe keine Transaktion theoretisch. Wenn ich das gut konfiguriere, dann kriege ich auch Tokens hier und so weiter und so weiter. Dann habe ich hier Prometheus. Also Prometheus sammelt praktisch die Metrics. Also das zeigt nicht so viel an. Was noch spannender, das mit Prometheus ist ein Grafana auch konfiguriert und ich kriege auch ein Grafana-Dashboard. Und wie gesagt, das ist alles vorkonfiguriert. Also dann irgendwie, also die Metrics sind zusammengefasst und dann die Verknüpfung mit Prometheus und davon ist auch fertig gemacht. Also das ist hier ein BESU-Dashboard, was man für Live-Betrief vorschlägt und dann einige Metrics und so Charten sind auch fertig konfiguriert. Ich habe hier noch auch die, die HTTP-Service Endpoint. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel anfragen möchte, was ist passiert mit meinen Knoten? Das kann man durch HTTP und Post machen. Was ich hier anfrage, wenn ich mich nicht irre, ist die Knotenversion und das ist hier die Knotenversion. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Das Ding hier zeigt mir eigentlich, wie viele Knoten habe ich und das ist vier. Ich habe momentan vier Validierungsknoten für Hyperledger BESU. So, dann ich würde noch eine Sache auf jeden Fall machen. Also probieren wir eine Transaktion zu starten. Das habe ich nicht erwähnt, aber das Ding sieht so aus, dass ich das Ding starte. Dann gibt es mehrere so Genesis-Json und dann ich kann auswählen, welche Genesis-Json möchte ich verwenden. Ich bin mir nicht sehr ehrlich, ich habe einen Genesis-Json momentan. Aber dann in Genesis-Json kann man zum Beispiel auch einsetzen, welche Konsens-Mechanismus würde ich benutzen. Und in Genesis-Json sind schon auch einige so Private Keys und Konten konfiguriert. Also dann probieren wir ein Privat-Key importieren. Ich verwende einfach MetaMask und ich glaube, was ich mache, mache mir ein Import-Account. Und ich importiere die Private Key. Ja, das habe ich schon verwendet. Ja genau, das habe ich schon konfiguriert. Also schauen wir mal eine andere. Das ist eine andere. Ganz schnell, dann machen wir Import, Import-Account, Import-Account. Dann habe ich ein Account. Natürlich muss ich Netzwerk wechseln. Also das ist Lokalhost und 8, 5, 4, 5. Und wenn ich auf Account 4 wechsle, dann sehe ich, dass dieser vorkonfigurierte Account hat momentan relativ viel Liter. Ich habe natürlich das 200 Millionen Dollar nicht oder 200, ich kann so viel nicht zahlen. Aber übrigens, ich habe ein Account, das vorkonfiguriert ist. Und was ich machen kann, ich schicke einfach zum Beispiel eine Transaktion. Zum Beispiel auf Account 1. So sage ich mir das Cent. Und dann sage ich mir ein E-Tor. Das ist offen. Das ist ein Ding. So langsam sollte das auch validiert werden. Ich glaube, die HTTP-JSON-Seite ist nicht so schnell irgendwie. Also wir können auch anschauen, ob das vielleicht schon validiert wurde. Einfach bei validierten Transaktionen noch nicht. Naja, es ist immer so, dass das Demo, das Demo läuft nicht so, wie man das erwartet. Also probieren wir so etwas, dass ich noch eine Transaktion schicke. Und zwei. Da kommt rein. Okay. Also ich kann Speedup machen, aber das hilft eigentlich nicht wirklich. Also ich hoffe, dass das Ding funktioniert. Vielleicht ganz schnell würde ich noch etwas zeigen. Was man auch konfigurieren kann, ist ein Smart Contract. Und ich würde es zeigen. Ich hoffe, dass es geht. In dem Moment irgendwie etwas ist falsch mit meinem Netzwerk. Also in Traffel zum Beispiel hat man diese Pet Shop Tutorial. Ich habe jetzt ein Pet Shop Tutorial konfiguriert und das kann man auch im Netzwerk relativ schnell installieren. Die Idee ist, dass man in Traffel-Config eine solche Bezu-Seite haben muss. Und dann Bezu sieht so aus, dass man einen so Privat-Key Provider braucht. Das ist eine HD-Wallet-Provider. Das muss man installieren. Und ich muss eigentlich ein Privat-Key konfigurieren und auch die HTTP-Seite. Und wenn das Ding läuft, dann rein theoretisch sollte ich meinen Smart Contract installieren. Das läuft mit Traffel. Die Traffel. Also ganz schnelle Traffel-Compile. Und dann ich mache einfach Traffel-MyGrid-Network-Bei-Such. Und es sieht so aus, dass von Traffel funktioniert das besser momentan als von MetaMask. Also wenn das Ding läuft, dann kann ich auch eine dezentrale Anwendung starten. Also das ist meine dezentrale Anwendung. Und für irgendwelche Ursachen, mein MetaMask funktioniert momentan nicht wirklich. Es sollte eigentlich egal sein. Aber dann, wenn das funktioniert auch, dann das ist eine dezentrale Anwendung. Ich kann einen so Hund praktisch adoptieren und dann irgendetwas passt mit der Integration nicht. Aber wenn das auch läuft, dann habe ich einfach meinen MetaMask und dann kann ich einen Hund adoptieren. Und dann sollte alles funktionsfähig sein. Etwas mit meiner MetaMask-Kommunikation funktioniert momentan nicht. Also dann deswegen, ja, ich würde sagen, das ist die klassische Demo-Effekt. Aber vielleicht würde ich damit nicht weiterspielen, sondern das war meine Präsentation. Und schnelles Demo. Also falls Fragen sind oder mir eine kurze Diskussion unterhaben möchten, dann können wir das gerne momentan fortführen. Oder inzwischen kann ich auch so mein MetaMask debuggen. Also ich würde vielleicht, ja, wir haben einen Chat. Ja, gerne. Also wie gesagt, ich würde mein Netzwerk momentan nicht weiter hacken. Aber etwas passt nicht mit meinem MetaMask. Das funktionierte eigentlich vor einer Stunde. Ich habe alles durchprobiert. Aber ja, es ist natürlich die, ja, so Live-Demo-Effekt. Aber dann, ich habe, falls man ein bisschen so Ethereum-Erfahrung hat, dann kann man es sehen, wie das Ding funktionsfähig würde mit MetaMask. Also, dann, das war meine Präsentation. Ich freue mich auf Fragen oder, falls jemand Diskussion hat, Diskussionpunkt hat, dann gerne können wir anschauen. Also gerne, gerne auch in Chat. Ja, gerne. Ja, gerne. Also, wie gesagt, vor fünf Jahren habe ich letztens meine Blockchain-Präsentation gemacht. Also, dann wahrscheinlich muss ich auch ein bisschen üben. Ja, schauen wir. Ja, also ich würde sagen, wenn keine Bemerkung oder Fragen oder vielleicht Diskussionpunkt ist von Community, dann würde ich gerne das Meetup und dann die Teilnahme bedanken. Und dann für heute verabschieden und dann vielleicht werden wir noch solche Meetups künftig auch auf Deutsch haben, falls Interesse ist. Dann nochmal vielen Dank für die Teilnahme und dann tschüss und auf Wiedersehen. Dann nochر takiej tschüss und uns clean too. Vielen Dank.